Anzeigen nach dem Einsatz von Pfefferspray gegen ein neunjähriges Mädchen sind die beteiligten Polizisten in den USA vom Dienstus. Die Beamten würden vorerst für den Zeitraum einer internen Untersuchung des Vorfalls vom Dienst ausgeschlossen, teilte die Bürgermeisterin der Stadt Rochester im Bundesstaat New York, La Vie Voren, am Montag. Die Zahl der suspendierten Beamten nannte sie nicht. Voren nannte den Vorfall einfach Schreck. Die Polizei war nach eigener Schilderung am Freitag alarmiert worden, weil das mutmaßlich psychisch kranke Kind damit bedroht hatte. Sich selbst und seine Mutter zu den Polizisten rückten daraufhin an. Wie die Aufnahmen zeigten, dass es den Beamten zunächst nicht gelungen war, das Kind in einem Streifen bei uns. Das Mädchen schrie, weinte und rief immer wieder nach ihrem Vater. Ein Polizist warf vor, sich wie ein Kind zu benehmen, worauf das Mädchen entgegnete. Ich bin ein Kind. Als es sich weigerte, in den Wagen einzusteigen und begann, einen Polizisten zu treten, kam es auf Anordnung eines Beamten zum Einsatz des Pf. Die Polizisten versicherten, dass sie auf diese Weise vorgegangen seien, um für die Sicherheit des Mädchens zu sorgen. Die Neunjährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und später zu ihren Eltern der Gouverneur von New York, Endro Cuomo, erklärte jedoch, Die Polizei des Bundesstaats dürfe niemanden auf diese Weise behandeln. Schon gar nicht ein Mädchen von Neun Bürgermeisterin mahnt zu mehr Empathieanzeige. Auch Bürgermeisterin Warren hatte den Einsatz verurteilt. Als Mutter eines zehnjährigen Kindes wolle sie solche Aufnahmen nicht sehen, sagte sie. Sie mahnte zu mehr Einfühlungsvermögen und Empathie und forderte eine interne Untersuchung bei dem Sicherheitsbrief. Polizeischaffin Zutia Herrweinzahme und räumte Fehler ein. Ich werde mich hier nicht hinstellen und ihnen sagen, dass der Einsatz von Pfeffersbergen eine Neunjährige auch hier ist. Sagt, das ist es nicht. Verständnis für das Vorgehen kam dagegen von der Polizeigewerkschaft. Es geht hier nicht um fehlendes Einfühlungsvermögen und Empathie, sagte der örtliche Gewerkschaftschef Matt Filmeer. Hätten die Polizisten wegen begrenzter Ressourcen keine andere Wahl gehabt, als gegen die Neunjährige zum Pfefferspritz. Hätten die Polizisten wegen begrenzter Ressourcen. Hätten die Polizisten wegen begrenzter Ressourcen. Hätten die Polizisten wegen begrenzter Ressourcen.